Mama und Papa, die liegen im Bett, Mama wacht auf, sagt, sei doch so nett, Mama sagt auf und sei doch nett, und nun nochmal, und nun nochmal, mit mir, mit mir, mit mir, gut für dich, gut für mich, gut für mich, Mh, gut, morgens an, wenn die Sonne aufgeht, morgens an, wenn die Sonne aufgeht, lasst uns tun, Schatz, bis sie untergeht, Ho Chi Minh ist ein Hurensohn, Ho Chi Minh ist ein Hurensohn, hat den Lauf verstopft und ne Eierinfektion, hat den Lauf verstopft und ne Eierinfektion, habt ihr Armleuchter das kapiert? Jawohl, Sir! Nur Onkel Sam hab ich im Sinn, Onkel Sam hab ich im Sinn, er sagt mir immer, wer ich bin, er sagt mir immer, wer ich bin, Drei, vier, unten im Chor, ihr Leute seht's Marienchor, Drei, vier, unten im Chor, ihr Leute seht's Marienchor, Drei, vier, unten im Chor, ich liebe das Marienchor, Mein Chor, mein Chor, mein Chor, euer Chor, euer Chor, unser Chor, unser Chor, Marienchor, ich weiß nicht, man sagt es halb, ich weiß nicht, man sagt es halb, Eskimo-Mösen sind entsetzlich kalt, Eskimo-Mösen sind entsetzlich kalt, Mh, gut, mh, gut, riecht gut, tut gut, tut gut, richtig gut, merkt gut, wirklich gut, gut für dich, gut für mich, gut für mich, gut für mich. Okay, so, haben wir uns ein bisschen erst mal eingestimmt, ja, wir müssen ja noch ein bisschen Training machen, ist ja wichtig, so, nebenbei jetzt erstmal noch ein bisschen Musik hier, guck mal. So, jetzt geht's los, Achtung, Camp David, Camp David, wir übernehmen jetzt, wir gehen jetzt rein, alles klar Camp David, sichert die Flanken, okay, alles klar, wir gehen jetzt rein, Achtung, wir machen jetzt den nächsten Matchmaking-Punkt, mal sehen, ob's klappt, wir müssen noch die richtigen Leute zusammengegeben, okay, Camp David, ich klenke mich aus, macht's gut, bis gleich, Verbindung wird unterbrochen, Camp David, könnt ihr mich hören, Camp David, wir sind abgeklemmt von der, von der, von der Welt. So, ähm, so, die Wartewanderer hat immer ein Update bekommen, hab ich vorgebracht, was stimmt, den Wartewanderer hat auch ein Update bekommen, also Report und Sache gerade, was ist los hier? So, Moment, ich starte nochmal Counter-Strike 9, zum, zum, das kann manchmal im ZIT helfen, und ich starte auch mal kurz mal mein Steam 9. So, Steam 9 starten. Da, 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 da So, Shed schon mal um. So, Kautas 2 Konterregeln. Gut. Musik. Aus jetzt. So, gut. Shed activated. Overse activated. Ryan Gates. Haben wir alles? Kusi, schau mal bei CS bei den Freunden, die da auch spielen. Da müsste etwas auffallen. Hehehe. Echt? Hast du was angerichtet? Dudududu. 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 Dududu. Ich kann jetzt nicht gucken, aber ich habe so eine Befürchtung, Trailerjumper. Sag bloß, du hast dir CSGO besorgt. Dududu. Sag bloß, du hast dir CSGO besorgt. Ja, hab ich. Ach du dicke Nase. Aber du willst ja jetzt nicht spielen. Ich denke mal, du willst dich ein bisschen ausruhen, oder? Du willst dich jetzt ausruhen. Und ich will ja Matchmaking machen. Das heißt, das würde wahrscheinlich jetzt gar nicht gehen mit dir. So. Ne, du kannst... Doch, du kannst schon Matchmakings machen, oder? Ja. Und ich muss doch noch Low Level sein, um mit dir spielen zu können. Okay. Karten activated. Heute nicht. So, Wet Camp. Dann Karten activated and go. Conjure. Mal gucken, was da bekommen. Ich habe ja nicht so viele Karten ausgesucht, die mir so erstmal Spaß machen. Also, es gibt noch mehr Karten. Ich sollte mal gucken, ob ich noch welche dazu machen kann. Und die, die zu oft kommen, die immer weg machen, dass wir auch mal Abwechslung haben. Wir wollen nicht immer nur... Man zieht bei den meisten immer nur das 2. Das ist ein bisschen langweilig für mich. Ich brauche Abwechslung. Mach links in ne Liste. Mach links in ne Liste. Mach links in ne Liste. Mach links in ne Liste? Okay, schon weg. Mach links in ne Liste. Schma, schma links in ne Liste. Weißt du nicht, was das Trailer gerade meinte? Komm schon! Oh, jetzt. Ich wollte gerade wieder nukleare... Äh, ich wollte gerade wieder nukleare Warnung geben, ja. Achtung! Was soll geil sein? Ah, Mirage. Mirage kenne ich gut. Da kann ich schon fast mit verbundenen Augen spinnen. Ich komme bloß immer durch die eine Lücke nicht durch, weil ich so dick bin. Hmmm. So, hoffentlich habe ich ein tolles Team. Nicht wieder so, wieder so... Hoffentlich werde ich nicht wieder... Hoffentlich werde ich nicht wieder rausgeschmissen oder so. Go, 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 go! Lass uns erst mal ein bisschen warmes schießen, ne? Die Musik ist zu laut. Die Musik ist zu laut. Neue Schleife. Hm, Loh! Oh, jetzt geht's los. Mit der Awe vor allem. Planting. Planting the bomb. Planting the bomb. Alles gut, Kohle. Mach einfach weiter. Warte mal, hat der sich gerade ein AK-47 geklaut? Jo, sag einmal, was hast denn du geklaut? Das ist doch wohl nicht gewesen, hä? Okay, Trello, Jamba, Mascoot. Okay, Trello, Jamba, Mascoot. Jetzt. Jetzt ist der Spaß vorbei. Warum bin ich gerade mit dem Messer nicht gelaufen? Also, bis auf den Awe-Typ war das ganz gut, glaube ich. Ich glaube, der eine mit seiner Awe war ziemlich gut gewesen. Wir könnten eine Chance haben. Oh, leckte. Oh, leckte. Ah, du hast gewonnen. Ah, du hast gewonnen. Ah, du hast gewonnen. Wieder bei A. Na gut. Na, geht schon los da oben. Na, alle schon tot. Na gut. 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 Ah, ich hab ihn noch gesehen, Alter. Ich hab ihn noch gesehen, verdammte Scheiße, Mann. Ich hab ihn noch gesehen. Vor allem voll spannend war das gerade. Das war voll spannend, oder? Ich hätte ihn noch töten können, wenn ich es drauf gehabt hätte. Aber ich hatte es nicht drauf. Mann, ich hätte ihn noch töten können, Alter. Scheiße. Los, wir gehen wieder, Alter. Ich hab ihn noch niemals. Da oben stand einer. Ey, das ist eine gute Stelle. Die muss ich mir auch mal merken. Und es leckt hier über. Das merke ich mir. Jetzt habe ich wieder was dazugelernt, dass da oben einer stehen kann. Jetzt habe ich wieder was dazugelernt. Vielen Dank. Ja, ich lerne. Mit jedem Mal werde ich besser. Ich lerne mal. Keine Ahnung mit den Drops. Keine Ahnung. Haben sich schon alle Counter-Strike am Kopf drüber gemacht. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Jetzt leckt es wieder. Jetzt wieder nur noch einer. Ach, kacke. Mann, scheiße. Im Team, äh, du kannst da auch nur geboostet werden. Du kannst da auch nur hochgeboostet, meinst du? Ach so, dann hat denen ja jemand da hochgeholfen, sozusagen. Also hat denen irgendjemand hochgeholfen. Jetzt schon Planting auf B, also. Okay, die kommen jetzt auf jeden Fall dann über A. Man. Was ist jetzt der Fall? Was ist das? Wir haben gerade noch einen hinbekommen. Ich spare mir mein Geld. Aber ich werde auf AK-47. Ich kaufe mir mal keine Pistole. Die Musik ist so laut. Ich höre die Schritte nicht machen. Okay. Ja, das ist eine Awe. Oh, es liegt. Ist die Bombe geblendet? Der Kollege ist noch da. Der war gut. Der war gut. Der war gut. Die Gleiser machen. Nee, das ist sonst ganz gut. Vielleicht muss ich mal gucken, ob der da... Aber im Moment ist gerade schlecht. Habe ich mir gerade eine Pistole gehört? Das habe ich mir aufgedacht. Es gibt so Tage, der leckt es und dann gibt es so Tage, der leckt es nicht. Das ist einfach mal so. Keine Ahnung warum. Vielleicht habe ich meinen PC dann seine Tage oder sowas. Oder? Kaum das Völker hat seine Tage. Sterben da alle wieder. Okay. Schau mal, die Waffe, Mann. Schau mal, die Waffe, Mann. Schau mal, die Waffe. Ich bin da. Schau mal, die Waffe hat. Kann ich mich nicht soенное, wie ich mir geht. Ich bin da. Ist ja nicht so kein Waffen. Ich bin da. Und nicht so, wie ich ja habe. Meli, hallo? I don't know. Shit, son of a bitch. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Bombe ist nirgendswo, Leute. Die Bombe ist nirgendswo. 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 Was ist nirgendswo. Was ist nirgendswo? Die Bombe ist nirgendswo. 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 Mal gucken was die Kasperle machen. Jochen. Boom. Blending. Wo Flending. Bei Besen. So schnell geblendet? Blending. So, jetzt rennen sie alle nach B. Jetzt rennen alle nach B. Und ich komme von hinten. Oh, gerade noch so der Bomben entkommen. Scheiße. Das war gut gerade. Taktisch überlegen, kannst du sagen. Ich brauche unbedingt mal eine Granate. So ein kleines Granätchen wäre manchmal gar nicht so schlecht. Feuerschen, kleines Feuerchen. Also die rote Pistole geht mir auf den Sack. Ich muss die Farbe ändern. Das Rot geht mir auf den Kegel. Ey, Mann. Das gibt es doch nicht. So eine Scheiße, Mann. Ich mache schon hin und her. Warte mal, das war irgendwas mit Ferkel. Wie ist der Ferkel? Irgendwas mit Ferkel. Da unten. Das war auf jeden Fall nicht der Beste von denen. Mich hat gerade, der Schlechteste von denen hat mich gerade gekillt. Junge, das kann echt nicht wahr sein. Und guck mal, da oben. Dieser, das ist ihr Imba-Typ da oben. Oh. Ablust, die haben mal was getroffen. Nimm dir doch gleich diese komische eine Waffe, wo du da alle Stunde einen Schuss abgibst oder so. Mann, Mann. Na gut, nehmen wir uns die AK-47 wieder. Und noch ein kleines Granetelein für zwischendurch. Was überlegt ihr da so? Ey, ey, wer Lamsang ist als ich und schlechter Schieß als ich, der muss erschossen werden. Ich bin schon die schlechteste Person hier, ja? Gebt euch mal ein bisschen Mühe, aber wir haben oft zu lecken jetzt. Ich muss hier was tot schießen. Sag bloß, der Kollege ist mir gerade zwischen den Flindern gelaufen. Wo denn? Bei A. Warte mal, dann kommen sie vielleicht hier alle lang gelaufen. Na? Ey. Ich gehe aus, ey, ey. Ich gehe aus, ey, ey. Puh! Was? Was? Du bist so ein Wettbewerb? Was? Was ist denn das? Das ist ja ein Wettbewerb. Nee, ich spar lieber. Für den Notfall, ja. Lieber sparen. Und, wo gehen wir hin? Ich gehe jetzt dahin, wo hier hingeht, okay? Na, wie sieht das aus? Auf A? Auf B? Mitte. Wir gehen Mitte. Komm, Mitte, Leute. Mit Messer. Lauf mal mit Messer. Ein bisschen schneller. Habe ich auch gelernt. Pass auf, da renne ich einfach. Der rennt da mitten ins Gelände rein, ja. Der rennt da mitten ins Gelände. Irgendwie scheint keiner, irgendwie scheint keiner diese Posten zu besitzen. Oh, das ist geil. Irgendwie scheint ja keiner diese Posten zu besitzen. Komm, du kannst hier einfach locker langlaufen und kein Schwein interessiert, so anscheinend. Sehr faszinierend. Muss ich mal sagen. Da ist einer. Oh, scheiße, Mann! Nein, ist das eine Scheiße, Mann! Ich wusste, dass da zwei... Nein, ich wollte... Ach so, doch, das wollte ich. Gut, dass ich nichts gekauft habe, dann kann ich mir das nächste Mal auch noch was kaufen. Geht ihr schon mal da ein bisschen Ärger machen? Ich gucke hier in der Mitte ein bisschen. Die machen immer wieder den Fehler da. Muss man ausnutzen. Die schießen schon wieder, sag mal, wie schnell die Kontakt haben hier alle. Warte mal, wer ist tot geworden? Drei Leute haben irgendwie eingetösen. Blending. Blending auf B. Arm has been planted. Okay. 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 Ich bin ja an zweiter Stelle. Okay. Okay. Ich stehe an zweiter Stelle. Sag mal, sind die jetzt gerade alle gestorben? Na ja. Ich bin ja an zweiter Stelle. 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 Scheiße, ich habe nie aufgepasst. Ja, fuck. Ich habe gar keine Position mit da. Ah. Ich dachte, ich habe eine Brandbombe noch dabei. Ich habe gar keine Brandbombe dabei. Ich bin der einzige Silberspieler hier, oder was? Kann doch nicht sein. Soll ich der Beste in der ganzen Gruppe sein? Kann doch nicht sein. So, ich kaufe mir mal nichts. Ich kaufe mir, äh... Oh, Beste. Jetzt habe ich es echt wie ein Pro-Spieler gemacht. Nur eine Beste gekauft. Oh, jetzt fängt es gerade an zu lenken, wo ich am Schießen bin. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Erst leck das und danach ist das Magazin an. Leck mich da im Arsch, ey. Dass du dich so auf dem Stuhl hin und her bewegst. Doch, das hilft mir. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, nee. Kann mir das gar nicht mit angucken, oder? Kann mir das alles gar nicht mit angucken, oder? Oder auch? Das ist alles sehr schön. Ach, Mann, ey. Was für eine Scheiße. Rechts hat es geschossen, Junge. Das habe ich sogar jetzt schon gemerkt, oder? Rechts hat es geschossen, Mann. Ich hoffe, wir machen nur die Weste. Sag mal, da sind gerade... Seid ihr alle... Ihr seid alle... Ihr seid alle auf A gelaufen, oder? Keiner von euch ist mal nach B gegangen. Und du hast eine Arbeit oder sowas dabei, oder? Jetzt ist es schon zu spät. Pass auf, die knallen dir die Birne weg. Da ist da wieder dieser... Moorhuhn-Typ da. Ey, ich wusste, dass die bei B sind. Ich habe genau gewusst, dass die bei B sind. Oh, ey. Schmeiß mich mal raus, bitte. Könnt ihr mich rausschmeißen, oder schmeißen wir mich eigentlich raus? Wahrscheinlich, wenn ich an zweiter Stelle stehe, schmeißen wir mich nicht raus. Schmeiß mich mal raus, Mann. Sonst schmeißt er mich da auch mal raus. Dann kann ich das nächste Spiel suchen, eben. So wie das Spiel vorbei ist, muss ich mal wieder neu starten. Ich starte mal nochmal neu. Vielleicht kriegen wir das Leck ein bisschen weg. Könnt ihr mich rausschmeißen? Echt, ich habe nichts dagegen. Ich würde mich freuen. Schmeiß mich raus. Ich kaufe mir jetzt mal meine P250. Ich halte es nicht mehr aus mit der Barriere. Und noch ein bisschen davon. Und wo geht der hin? Okay. Und der Browser spinnt auch schon wieder die ganze Zeit hier. Ich glaube, ich werde den Browser auch mal neu starten. Vielleicht hängt es auch dieses Gelecke mit dem Browser zusammen. Die sind schon wieder bei B. Die sind bei B. Mit der AK-740. Das sind diese Beine, oder? Die Beine, die machen die ganzen Punkte da. Aber die anderen kommen auch gut hinterher. Die haben da auf... Die andere Seite ist auf jeden Fall ausgeglichen. Und ich habe irgendwie... Keine Ahnung. Habe ich mir gerade? Ja. Da fahren wir es. Was denn jetzt? Warum bin ich nicht angeschossen worden? Was war denn das jetzt hier? Hä? Was ist denn jetzt gerade passiert? Hä? Warum hat denn jetzt gerade... Haben die sich hier gegenseitig gerade totgeschossen? Was soll denn die Scheiße? Oh Mann. Wir haben wieder... Ich habe wieder mal die... Das war schon mit der Person... Oh Mann. Äh. Sag mal, spiele ich mit Bots zusammen oder so? Ne. Ja, 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 ja Weiß nicht, wie gut ich dir bin Aber er wollte Er hat sich noch Mühe gegeben Er wollte noch defusen Sag mal, warum haben die sich eigentlich gerade Gegenseitig totgeschossen hier Das schnalle ich gerade nicht Und ich nach B Die sind bei Arm Bombe ist gefallen Bombe ist down Ich bin dir sprachlos in den Kopf Ich mach noch eins Eins mach ich noch Guck mal jetzt Doch, wir hatten alle die gleichen Leute Und warum haben die so komisch gespielt Die haben noch schlechter gespielt als ich Und ich spiel ja schon schlecht Wer schlechter spielt als ich, muss erschossen werden, oder? Und die anderen waren auch nicht viel böse Na gut, die können wir ja mit dem Smurf da Die ersten zwei auf jeden Fall Die waren auf jeden Fall keine normalen, oder? Ich muss nochmal neu starten Ich starte alles kurz mal neu hier Vor allen Dingen auch mal den Browser vielleicht mal Naja, der spackt hier nämlich rum irgendwie Dazu mal erstmal alles zu hier Wollen wir mal das zumachen Moment mal Leute Ja, ich kann grad da nichts sehen Guck mal, das muss auch weg Und Browser, ich mach mal einen Hardcut mitten mit Dings Oh nein, jetzt seh ich Jetzt weiß ich warum Slack Loll ist noch mit dabei Oh nee, alte Scheiße Ich hab Loll noch, äh Loll ist auch noch an Kein Wunder, dass ich jetzt so stark geleckt hat wahrscheinlich Warte, dann brauch ich vielleicht den Browser gar nicht starten Vielleicht hat es deswegen auch der Browser andauernd gesponnen Weil Loll war die ganze Zeit noch an Oh nee, alter Schwede 50 andere Spiele noch am Laufen Und ich wundere mich, warum es hier leckt Wahrscheinlich Man leckt ja ab und zu mal Aber vielleicht hat es diesmal daran gelegen, dass es deswegen geleckt hat Ist halt schwierig, gleichzeitig Counter-Strike und Loll zu spielen Warte mal, mach ich das mal wieder rein Dann bräuchte ich dann praktisch nichts machen Kurze Überbrückungsmusik Moment Ja, dann ist natürlich klar Mal gucken, ob es jetzt immer noch so stark leckt Ansonsten wäre der nächste Fight, wäre jetzt praktisch den Browser Cut Mal kurz Aber ist doch normal, manchmal leckt es ja, manchmal nicht Aber diesmal könnte es an Loll gelegen haben Okay, Musik auf Machen wir noch eine Aufnahme So, dies, dies Warte mal, irgendwas sehe ich hier gerade nicht Dies, dies 80 Milliarden Fenster mal wieder definiert Okay, danke, danke Dies, dies Und Counter starten War die Loll die ganze Zeit noch mit dabei Da machst du was mit Hier machst du was mit Eigentlich ungeschaltet So Okay, klappt ja die zweite Was kommt nach CSGO Nach CSGO kommt Skyrim So Nächster Versuch Vor allem, ich bin jetzt Oberst Oberststabsfeldwebel Junge, Rang 18 Voll geil Und ich hab diese Vögel Den Adler mit dem feiern Voll geil, oder Los geht's, rein geht's Na, 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 na Los, rein ins Gefecht Hey, scheiße Wie haben wir die Kartoffelgruppe bei mir gehabt Hoffentlich hab ich die Pro-Spieler Mirage wieder Okay, gleiche Runde, Rosamunde Gleiche Runde, Rosamunde Ah, ich muss die Lautstärke nicht War ja klar gewesen Läuft halt wieder Macht doch mal jetzt Oh, ich krieg mit der Maus Diesen scheiß kleinen Zeiger Da nicht zu greifen Weil die Maus so akku eingestellt ist Ich krieg noch ein Kind Los jetzt hier, Mann Ich will jetzt mal was nicht Hemmen, ne So, jetzt Keine Angst Ich bin bei euch, Leute Ich bin keine Bumse Sondern eine Dingse So, da bin ich schon So, komme Verstärkung ist unterwegs Musik, sei mal leise jetzt Ich hör sonst nichts Sei mal leise, Musik Hallo, Musik Ich hör meine Schritte nicht, Musik Wo sind denn die alle? Was ist denn jetzt los? Wann sind die jetzt alle? Irgendjemand hat die gerade alle tot gemacht Warum sterben denn die alle nicht? Sag mal, schieß ich schon wieder mit Platz? Ich könnte schon wieder ausflippen Alter Schwede, alter Schwede Alter Schwede Zweimal gesagt Ich habe einen großen Es hat sich immer nach Ich habe die Der eine stirbt nicht, der andere will nicht und jetzt spiel ich schon wieder gegen unverwundbare Typen hier. Mach weg jetzt! Was macht der Idioten da? Der schießt da nahm in die Wand rein. Sag mal, kannst du das nicht im Bot-Game für dich selber machen, du Honk? Ich hab schon wieder die Idioten bei mir. Kann ich gleich wieder aufhören zu spielen eigentlich. Ich kann nicht rausgehen und einfach Strafzeit riskieren, weil sowieso das letzte Spiel war. Wolltest du mich von da hinten gerade abknallen? Dann denkst du dir, ich bin blöd oder was? Scheiße! Ich war schon ein Gamepad, noch viermal. So viel Munition hab ich gerade. Ist hier ein Nest? Ja, um ne Ecke. Scheiße, Mann. Oh, lass mal noch gucken. Warte, ich stehe an letzter Stelle? Was denn jetzt los? Ich stehe an letzter Stelle? Ich hab schon wieder einen Cheater in der Truppe hier. Ich hab schon wieder einen Cheater in der Truppe hier. So, jetzt geht's los. Jetzt können wir los. Nein, ich wollte mir doch nur ne Dings kaufen, Mann. Oh, jetzt hab ich Scheiße gebaut. Ich wollte mir nur ne Weste kaufen. Das ist die Macht der Routine. Ey, sag mal, geht die Musik jetzt auch mal aus? Ich schalte gleich die Musik ab, alter Schwede. Jetzt wird's eigentlich mal leiser, Mann. Hör mal auf mit dem Scheiße. Oh, das ist klar. Oh, das ist klar. Oh, das ist klar. Wir haben auch die Waffe gesehen. Da habt er gestaunt, seid ehrlich. Kollegen, da habt er gestaunt. Stimmt's? Geht mir auch so. Ging mir auch so. Ich hätte mal nur eine normale Weste kaufen sollen. Naja. Und, wo geht's lang, Leute? Ah, okay. Messer nehmen. Ah, der macht schon wieder... Und der schießt... Bloß der schießt jetzt seinen Kollegen gerade an. Ist jetzt nicht wahr, oder? Great. Alles klar. Oh. Seht gut aus, bloß jetzt. Nur noch eintöten. Dann kann ich die Baume blenden. Okay. 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 Wo ist denn die scheiß Bombe? Hallo? Oh, ich hab die Bombe. Schall. Ey, leck mich doch am Arsch, Mann. Aber ich hab drei gekillt. Ich hab das Game gerettet. Ich hab das Game gerettet. Äh, hier, Parkour. Ich versuch, äh... Ich versuch, neue Spielstrategien zu entwickeln. Nicht immer das Gleiche. Wenn ich bei der Bombe bleibe, sterben manchmal alle mit der Bombe weg. Verstehst du? Wenn ich aber neue Spielstrategien mache, besteht eine Chance, auch mal den Gegner zu verwirren. Immer das Gleiche. Dann wissen ja alle, was los ist. Verstehst du? Dadurch, dass ich aber unkonventionell spiele, kann ich den Gegner überraschen, sozusagen. They are not here. Das läuft gut. Das läuft gut. Wir sparen aber unser Kohle. Guck mal her. Verkaufen wir noch von Wolle. Ich hab da gesehen, ich hab drei Leute abgekillt und die Bombe fast geplantet, wenn ich sie gefunden hätte. Wenn ich die Bombe gefunden hätte, ist doch die Bombe geplantet. Aber leider hab ich die Bombe zum Plänten nicht gefunden. Hab ich doch tatsächlich das Game gerettet. Wer hätte das gedacht? Ne, they are not here. Ist niemand da? Planting? Planting wo? Auf BN. Sch Best. Echt? Bill Start. Nein, die haben die Bombe noch defused Aber ich bin am Leben geblieben Oh, die schießen sich wieder gegenseitig tot Mann Was schießt du denn da durch die Gegend, du Honk? Oh, die schießt du denn da durch die Gegend Ich bin ein Flashback Achtung Warte mal, spielen die alle verstecken hier oder was? Ich habe ihn ja noch gesehen. Ich habe ihn ja noch gesehen. Ich mache mein letztes Matchmaking, dann haben wir es mal geschafft wieder. Komm zu spät, du musst früher kommen. Du bist zu spät. Gott sei Dank haben wir das Ding noch gerettet. Bloß wir gewinnen das Ding, aber naja, erst mal gucken. Im Moment scheinen die Gegner schwächer zu sein, aber es kann täuschen. Vielleicht lassen sie uns nur wieder am Vorsprung oder so. Ich brauche nichts weiter kaufen, Kursi. Du hättest ja eigentlich auch nur eine Weste kaufen brauchen. Wie sieht es aus, Kollege? Da lang? Okay, da lang. Mit Messer laufen! Geht schon los hier. Der war mit seiner M4A1, war der Beste als ich mit meiner AK-7-Wurzel. Dann ist der Typ, der mich gerade... Warte mal, das war... Wie ist der? Der ist auf jeden Fall... Guck mal, da spielen welche im gleichen Team die beiden. Ich würde die Bombe so planten, dass sie jeder sehen kann. Weil wenn derjenige dann dir entschärfen muss, kannst du ihn besser töten. Ich glaube, das ist besser. Am besten die Bombe so planten, dass sie jeder sehen kann. Weil wenn der Typ, der die entschärfen muss, kann die dann ohne Deckung sozusagen... Kriegt er voll den Hedge-Shot von irgendwo. Ich glaube, das ist eine bessere Idee. Moment, führen wir am 5-1. Aber das hat ja nichts zu bedeuten. Haben wir ja alles gelernt. Pass mal, ich kaufe mir mal nur eine Kevlar-Weste. Nur die AK-47. Und kauf mir dann noch eine Brandsalbe und eine rohexplosive Bombe sozusagen. So. Planting, na los. Planting the Bombe. Na, wo ist meine Waffe? Bei 1, Kollege Schnürschuh. Wir warten jetzt hier. Bis zum jüngsten Tag. Nein, nicht hier. Wo schießen die denn, Samo? Die kommen über B. Die kommen über B. Was geht jetzt los? So schnell? Guck ich noch. Schaff ich's noch bis hin? Nee, wa? Oh, schade. Ich kaufe mir nichts. Ich hab alles. Ich spare mein Geld. Obwohl gleich das Seitenwechsel. Wahrscheinlich lohnt es sich nicht mehr, sein Geld zu sparen. Ich muss mich nicht mehr, sein Geld zu sparen. Go, 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 go. Go, 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 go. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich kriege ja gar keinen mehr ab hier Ich bin an letzter Stelle, ich kriege ja gar keinen ab, trotzdem ich sieben habe Ich bin an letzter Stelle, Mann Ich hab mal mit euch los Ich guck' wir seid noch auf der Jagd Und die laufen auch mit dem Messer hier. Ah, er leckt gerade. Hör mal zu lecken. Von wo denn? Warum werde ich denn getötet? Der ballert die ganze Zeit rum und der wird nicht getötet. Ich komme um die Ecke, ein bisschen gucken und ich werde getötet. Das ist voll ungerecht, finde ich das. Ich habe gar nichts gemacht. Ich wollte nur ein bisschen gucken. Ich war auf Urlaubsreise und alles. Ich wollte Fotos machen und ich werde umgelegt. Der macht die ganze Zeit Granaten, Lärm und schießt und tot um Komorra. Ich komme um die Ecke, will Blümchen pflücken und werde erschossen. Ich habe gar nichts gemacht. Ich wollte nur Fotos schießen, Mann. Ich glaube, ich spinne, alter Schwede, Mann. Mich töten sie wieder, ja? Mann. Also irgendwo ist der, ja, da ist noch einer. Pass auf, der, da ist, genau. Guck mal, rechts, 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 rechts. Die Bombe ist sowieso schon geblendet. Bleib da einfach. Der ist da rechts, glaube ich. Pass auf, der ist rechts. Rechts, rechts, rechts. Oder? Ist er dran. Da, ja, ist noch die Bombe. So, jetzt nur einen Helm kaufen. Jetzt nur den Helm ohne Boot. So, jetzt, ach nee, immer noch? Sag mal, wie lange spielen wir da noch auf der Seite? Oh nein, jetzt sind, nee, warte mal, immer noch? Jetzt bin ich verwirrt gerade. Müssen wir nicht jetzt mal die Seiten wechseln? Jetzt habe ich mich verwirrt gerade. Ich dachte, wir wechseln jetzt die Seiten. Und voll im Smok. Die sterben. Die sterben, die sterben, die sterben sind. Abwechslung Grenade! They are not here. Grenade! Flashback! Oh, it has been planted. The Ghost is not here. You have to go for a second. The Ghost has been here... ...but no you can't get there... Without the support. You have to go for a second. Have a good one. Whoo hoo! ...I have to go for a second. The Ghost has all magnified. Ich schieße dir eine Grenade. 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 Ich habe ihn gehört. Ich habe die Kugel vorbeipfeifen gehört. Ich habe den sogar gehört. Warum schieße ich den denn nicht tot? Ich schieße dir eine Grenade. Ich schieße dir eine Grenade. Habe ich schon wieder klassisch verdrängt, kann man sagen. Ich bin als einziger gestorben. Aber dadurch, dass man dort gewinnen, kann ich immer Kohle kriegen. Ich würde es halt angeben. Ohhhh! Er ist in die Luft gekommen. Gut, freut mich. So, jetzt glaube ich, gibt es Zeitenwechsel. Oder Team? Ne, immer noch nicht. Ich verstehe die ganze Welt. Ich verstehe die ganze Welt nicht. Komm noch. Ein kleines Molekoktoftel. Molekoktoftel, wie ich immer sage. Ein kleines Molekoktoftel. Hanzo! Ich steff wieder von der Mitte. Komischerweise scheint die Mitte irgendwie keinen zu interessieren. Sehr faszinierend. Oh, da. Da ist eine große Bumse dahinten. Großer Bumsemann ist dahinten. Grenade. Leute, letzte Matchmaking hier. Flashback. Nix. Operation. Was meinst du? Gehör einer Operation? Oder was meinst du? Hier. Einfach, gib mir ein Ausrufezeichen. Äh... Cosima. Und Hallöchen übrigens. Hallöchen. Oh, guck mal. Sind alle schon tot. Sind alle schon tot. I am blending the bomb. Weil ich will auch noch einen tot schießen. Lass mich auch noch einen tot schießen. Großer. Ich hab auch einen tot geschossen. 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 Gott sei Dank, Mann. Ist schon voll peinlich hier. Ey, wir haben bestimmt einen Cheat an unserer Gruppe, oder? Hoffentlich nicht. Gameflash. Cooler Name. Gameflash. So, los jetzt. Pass auf. Kauf dir nur eine Mütze. Nur eine schöne Mütze. Und nur Pistole kaufen. So. So schön. Nur eine Mütze kaufen. Denkt drauf. Denkt drauf. Ich geh auf B mit, oder? Ich guck erstmal. Move, move, move. Okay. Dann geh ich auf B mit. Die haben's irgendwie voll drauf. Der hat nen Smoke gekauft. Der hat sich nen Smoking gekauft. ... Hohohohohohoh. Ich kann ja froh sein, dass ich noch einen abkomm hab, oder? Junge, Junge, Junge. Was ist denn hier los, alter Schwede, Mann? Mann, Mann. Ich sag das, bei Counter-Strike geht's rauf und runter mit den Emotionen. Das sag ich euch. Jetzt kauft ihr mal eine Krawumme. Eine Farm hast du nicht? Dann spare ich noch ein bisschen. Nur noch eine Runde sparen. Move it, move it. Move it. Okay, dann geh ich bei B-Mit. Hab ich zu spät gesehen. Scheiße, jetzt hab ich mindestens eine Sekunde verpasst. Grenade. War geil geil, oder? Hört ihr das da mal? Ja. Da hat einer voll Dauerfeuer gemacht. Die sind alle bei A, oder? Die sind bei A. Oh, scheiße. Sorry. Jetzt legt's gerade. 3B geplantet. Jetzt hab ich nicht aufgepasst. Diffusion Kit. Ich muss mir ein Diffusion Kit verkaufen. äh, kaufen. Hat kein... Oh, ich wollt grad sagen. Hat dann keiner Diffusion? Da ist aber noch einer. Ich muss erstmal... Kauf dir, kauf dir, äh, die Diffusion. So. Jetzt, jetzt Knarre kaufen. Gut. Jetzt alles gut. Okay. Okay. Die spielen doch voll auf Agro, oder? Die gehen gar nicht... Okay, die ballern da schon. Die kommen auf B, glaub ich. Okay. Wieso, wo ist denn die Bombe? Liegt die irgendwo, oder was? Die liegt bei B rum, oder was? Oh, das ist plus... Plus lecken noch. Wo ist denn die Bombe? Bei B liegt's rum. Okay. Es ist ja gerade aufgehoben worden, die Bombe. Da ist er. Da ist er. Ich hab'n gehört, Junge. Ja! Ich krieg gar nichts. Ich hab' mir voll Mühe gegeben. Ich hab's, guck mal hier, zwölf Abschüsse bin da an letzter Stelle. Ja! Yes! Get ready to run! Ja, Mann. Gebt mir doch auch mal eine Waffe. Ich krieg immer Kisten oder gar nichts. Ich hab mir grad voll Mühe gegeben und alles. Und ich krieg gar nichts. Die anderen kriegen alles immer. Die kriegen Waffen, die kriegen Kanonen, die kriegen Bräute und alle. Warum ist jetzt das Bild weg? Und ich krieg gar nichts, Mann. Das ist voll scheiße, Mann. Die kriegen immer alles und ich krieg gar nichts. Ich geb mir immer voll die Mühe hier. Ich hab sogar einen Adlerkopf mit Pfeile und sowas alles. Ja. Ich bin Silber 3. Ich muss auch was bekommen, Mann. Ey, gut gespielt, oder? Ich hab gut gespielt. Ja, Mann. Kusi hat gut gespielt. Kusi wird besser langsam. Wenn sie mal auf den Kopf schießt, wenigstens. Und ich hab diesmal gutes Geldhaushalt gemacht. Ich hab gut gehaushaltet. Ich hab mir am Anfang keine Waffe gekauft. Keine P250. Ich hab mir keine P250 gekauft. Und hab mir nur brav meinen Helm gekauft. Jawohl. Und später hab ich mir dann auch nur... Ich hab ganz intelligent diesmal gehaushaltet mit meinem Geld, nämlich. Hab nicht einfach nur stur irgendwas gekauft. Nein, ich war ganz brav beim Haushalten mit meinem Geld, nämlich. Und jetzt geh ich hier raus. Jetzt hab ich zwölf Matchmaking-Punkt. Hoffentlich war kein Cheater in meiner Gruppe, dass ich das auch behalten darf. Und so. Bin mal gespannt. Vielleicht hab ich irgendwann noch Silber 4 oder so. So. Und aktiviert es! Nach draußen! So. Erstmal Aufnahme werden. Ich komm gleich mal im Chat, euch mal ein paar Informationen sagen. Achtung. So. Für die YouTube-Leute jetzt erstmal. Für die YouTube-Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Und... Hey, Mann! Ich hab noch gar nicht schönes Wochenende gewünscht. Scheiße. Bei der nächsten Aufnahme muss ich mal schönes Wochenende... Auf jeden Fall schönes Wochenende, langes Wochenende und hast dich gesehen hier. Und hey, gib Pfeife hier! Dich wieder! Weißt du doch! Gib Pfeife, Mann! So. Jetzt aktiviert es nach draußen und weiter geht's. Ne. Jetzt muss ich mal kurz was essen ein bisschen. Muss ich mal was essen. Ich hab mir noch gar nichts gegessen, Mensch. Muss ich mal ein bisschen Social Eating jetzt. Soll ich das aufnehmen? Soll ich Social Eating aufnehmen? Erstmal Aufnahme beenden.